Tine fasst ohne Lampenfieberzellen Schallplattenaufnahmen. Eingespielte Tantemen decken einen Teil der kostspieligen Schul- und Musikerziehung nach der Devise, die Sängerknaben von heute für die Sängerknaben von morgen. Achtung, Rotlicht! 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 So sehr Solistenallüren gegen die Philosophie des Hauses sind, behält sich die Natur doch stets begnadetes Talent vor. Untertitelung des ZDF, 2020 So wirkt selbst Mozarts hochkompliziertes Laudate geradezu mühelos. Amen, 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 Amen. Amen.